Hallo und herzlich willkommen zu diesem 100-Sekunden-Video. Heute erkläre ich euch, was ist Progesteron? Habt ihr einen Progesteron-Mangel? Und wie entsteht übrigens ein Progesteron-Mangel? Was ist Progesteron? Progesteron ist ein Hormon, welches bei Frau und Mann im Körper vorzufinden ist. Bei Männern und Frauen wird es in der Nebenniere produziert, bei Frauen außerdem in der zweiten Zyklushälfte. Dies liegt an den Gelbkörpern, die in den alten Eiblischen herangewachsen sind. Im weiblichen Körper ist es vor allen Dingen als Schwangerschaftshormon bekannt, da es die Gebärmutter auf das Ei vorbereitet und der Brust das Zeichen gibt, Milch zu produzieren. Was passiert bei einem Progesteron-Mangel? Bei einem Progesteron-Mangel kommt es bei der Frau zu einem unerfüllten Kinderwunsch. Auch zu Zyklusbeschwerden oder vielleicht sogar PMS-Symptomen. Bei Männern ist das natürlich nicht das Gleiche. Sie leiden meistens an einer schlechteren Stimmung, schlechterer Verdauung, Kopfschmerzen und manchmal kann es sogar zu Ideen kommen. Welche Ursachen führen denn überhaupt zu einem Progesteron-Mangel? Bei Männern ist es meistens, wenn es zu einer Östrogendominanz kommt. Bei Frauen ist es, wenn der Eisprung ausbleibt. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Zum einen die Wechseljahre. Oder wenn du Zyklusbeschwerden allgemein hast. Manchmal liegt es aber auch daran, dass du gerade die Pille abgesetzt hast. In den meisten Fällen musst du also deinen Zyklus in den Griff bekommen wieder, damit dein Progesteron-Mangel wieder vernünftig läuft. Das war natürlich eine ganz kleine Zusammenfassung über das Thema Progesteron. Wenn du noch weitere Fragen hast, klick doch gerne in die Infobox, da ist noch ein Artikel über das Thema Progesteron. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Ich freue mich schon auf deinen Kommentar. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Hannah von Sarah's Green. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.